Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die sogenannten BRICS-Länder zu einem Schulterschluss gegen den Missbrauch internationaler Sanktionen aufgefordert. Das Treffen der wichtigen Fällen und Entwicklungsländer fände zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Zukunft der Menschheit statt, sagte Xi. Die BRICS-Länder, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, müssten sich ihrer Verantwortung stellen. Zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin angekündigt, angesichts der westlichen Sanktionen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, den Handel mit den BRICS-Staaten zu stärken. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro wiederum forderte eine stärkere Präsenz der Schwellenländer im UN-Sicherheitsrat. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa und Indiens Ministerpräsident Narendra Modi nehmen am Wochenende auch am G7-Gipfel teil. Kanzler Olaf Scholz hatte davor gewarnt, dass die Welt nicht in eine G7- und in eine BRICS-Gruppe zerfallen dürfe.